Sie planen einen oder mehrere Punkte Ihrer Sonnensegelanlage auf Ihrem Hausdach zu befestigen? In diesem Video wollen wir Ihnen sieben wichtige Tipps geben, damit Ihre Dachhalter bei der Montage stabil und sicher angebracht werden. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Tipp 1 Segel nach Maß. Bei der Montage von Dachpfannenbefestigung empfehlen wir in erster Linie Segel nach Maß einzusetzen. Die Montage von Standardsegeln mit festen Maßen ist zwar auch möglich, benötigt aber deutlich mehr Vorbereitung und möglicherweise eine Anpassung der Lattung. Bei Segeln nach Maß befestigen Sie erst die Dachhalter an Ihren Dachspanren und messen erst im Anschluss Ihr Sonnensegel aus. Eine Videoanleitung hierzu haben wir für Sie in einem extra Video angefertigt, das Sie hier in der Infocard verlinkt finden. Wichtig, um beim Einsatz von Dachhaltern eine gute Segelspannung zu erhalten, sollte die maximale Segelbreite 6 Meter plus Befestigungs- und Spannmaterial nicht überschreiten. Bei Segelbreiten über 4 Meter empfehlen wir, an den gegenüberliegenden Befestigungspunkten Seil- und Flaschenzüge am besten mit Höheneinstellung einzusetzen, um eine optimale Spannung sowie Neigung zu erzeugen. Bedenken Sie, dass Sonnensegel eine Anfertigungskoleranz von bis zu drei Prozent haben. HDPE-Segel können sich je nach Qualität des Ausgangsmaterials um bis zu fünf Prozent dehnen. Tipp 2 Dachhalter mit Versteifungsrippen. Setzen Sie Dachhalterungen ein, die im Schweißnahtbereich eine eingeschweißte Versteifungsrippe haben, um die Biegesteifigkeit der Dachhalterung dadurch zusätzlich zu erhöhen. Selbst kleine Segel mit einer Fläche von 16 Quadratmeter können durch den Wind eine genügend große Zugkraft aufbringen, die ausreichen würde, um kleine Segelboote über das Meer zu treiben. Diese enormen Kräfte wirken auch an den Sonnensegelbefestigungen und können so Ihr Gebäude, die Befestigung oder das Segeltuch nachhaltig beschädigen. Tipp 3 Abstand halten. Der Abstand zwischen dem Dachhalter und dem Dachziegel sollte mindestens fünf Millimeter betragen. Zwischen der Fußplatte der Dachpfannenbefestigung und der Stirnseite des Dachziegels müssen mindestens zwei Millimeter Luft sein. Tipp 4 Verwendungszweck. Der montierte Dachsparenhalter ist lediglich als Befestigungspunkt des Sonnensegels gedacht und darf nicht als Steigbügel benutzt werden. Hierdurch könnte die darunterliegende Dachpfanne beschädigt werden. Tipp 5 Höhenunterschied. Sonnensegel oder Befestigung sollten weder bei Regen noch bei Wind auf dem Dach oder der Dachrinne aufliegen. Die Halterung ist nicht geeignet für flache Dächer oder für Dächer, wo der Höhenunterschied zwischen Traufpunkt und dem gegenüberliegenden Befestigungspunkt, zum Beispiel einem Mast im Garten, ein zu hohes Gefälle aufweist. In so einem Fall ist das Aufliegen des Spann- und Befestigungsmaterials oder des Segeltuchs auf dem Dach oder der Dachrinne unvermeidbar. Diese Gegebenheit sollte aber unbedingt vermieden werden, um das Material nicht zu beschädigen. Tipp 6 Dachpfannen. Prüfen Sie vor der Montage, ob Ihre verwendeten Dachpfannen für eine derartige Bearbeitung geeignet sind. Alle Informationen hierzu finden Sie bei den Herstellerangaben. Tipp 7 Kurzer Spannweg. Um ein zu starkes Schwingen und Aufschlagen des Segeltuchs oder des Spannmaterials auf das Hausdach bei Wind und Wetter zu vermeiden, nutzen Sie bestmöglich nur Segelspanner und Karabinerhaken an der Dachpfannenhalterung. Hiermit halten Sie den Spannweg möglichst kurz. Setzen Sie nur in Notfällen Tauwerk ein und dann aber nur maximal einen halben Meter. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Dachpfannenhalterung haben wir neben vielen weiteren Videoanleitungen für unsere Shop-Kunden kostenfrei in unserem Premium-Video-Bereich bereitgestellt. Wenn Ihnen das Video weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören.